Wissen Sie, was ich Ihnen mitgebracht habe? Sie schmickt sich an mich wie ein kleines süßes Ding. Auch zart geölt. In wenigen Tagen will sie ihre Braut werden. Ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten. Ihr könnt sie schon mal streicheln. Was ist denn das? Das war jetzt. Wie sieht denn das aus? Das ist, das ist ja... Vorbildlich. Danke, Genosse. Das ist eine soldatische Tradition in der Familie. Mein Großvater ist lebend aus dem Kessel rausgekommen. Wie kommt ihr denn in einen Kessel? Das sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ach, Bücher. Der Mann ohne Eigenschaften. Sie wollen wohl auf Nummer sicher gehen. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit? Das ist wohl eher was für mich. Das war's von Kafka. Kafka, ich konnte es nicht mitnehmen, weil... Ich bin da auf Räumen ausfüllen. Ich glaub es nicht. Was ist denn das? Meine Schwester. Achso, ihre Schwester. Entfernen! Ich bin da auf Räumen ausIAN- building. Ich bin tida effectively, ich bin da auf Räumen. Ich bin da auf Räumen. Vielen Dank.